Herzlich willkommen zum Einleben-Tutorial zum Thema Wie leite ich ein digitales Lernspiel wie Einleben an? Mein Name ist Greta Wonneberger, ich bin Trainerin für Wissensvermittlung und ich habe für die Heinrich-Böll-Stiftung das Unterrichtscurriculum zu Einleben geschrieben. Meine Tutorials richten sich an Lehrende, die Einleben einsetzen möchten und mehr über digitales Lehren wissen möchten. Digitale Lernspiele wie Einleben können im Klassenraum angeleitet werden. Jede Schülerin und jeder Schüler hat dann ein eigenes Smartphone oder einen Computer. Natürlich können sie das Spiel auch im digitalen Klassenraum über Konferenztools anleiten. Gerahmt wird das Lernspiel dann von einer inhaltlichen Einführung, einer Ergebnissicherung und einem Transfer. Das digitale Lernspiel ersetzt also nicht die interaktive Lernerfahrung zwischen Lehrenden und Schülerinnen und Schülern. Aber was genau empfiehlt sich nun, wenn Sie Einleben spielen möchten? Dazu zwei Tipps. Tipp Nummer eins, bereiten Sie die Technik gut vor. Tipp Nummer zwei, gestalten Sie den persönlichen Kontakt im Klassenraum ganz bewusst, vor allem im digitalen Klassenraum. Sehen wir uns diese Tipps genauer an. Die Technik vorbereiten. Drei Punkte sind wichtig. Legen Sie die Klasse an, testen Sie das Internet und fragen Sie Expertise an. Zu diesen drei Punkten. Die Klasse anlegen. Wenn Sie Einleben mit Ihrer Klasse spielen wollen, müssen Sie sich zunächst als Spielleiter oder Spielleiterin registrieren. Wenn Sie Ihre Logindaten haben, können Sie im System Ihre Klasse anlegen. Testen Sie die Internetqualität. Für das Spiel benötigen Sie vor allem eine stabile Internetverbindung. Wenn Sie im digitalen Klassenraum unterrichten, arbeiten Sie und die Schülerinnen und Schüler mit zwei Fenstern. Dem Konferenztool, in dem Sie sich digital getroffen haben und dem Spiel, das Sie über einleben-spiel.de aufrufen. Die Schülerinnen und Schüler können für das Spiel auch ihr Smartphone nutzen. Fragen Sie Expertise an. Im Team fällt vieles leichter. Deshalb können Sie die Unterrichtseinheit von Einleben im Idealfall mit einem Kollegen oder einer Kollegin durchführen. Doch selbst wenn das nicht möglich ist, nutzen Sie den guten Kontakt zu Ihren Schülerinnen und Schülern, um von deren technischem Know-how zu profitieren. Sie können in der Vorbereitung einen oder mehrere Assistenten bestimmen, die Ihnen bei technischen Fragen helfen sollen. Im analogen Klassenraum können diese Schülerinnen und Schüler umherlaufen, um einzelnen Spielerinnen und Spielern zu helfen. Im digitalen Klassenraum können Sie den oder die Assistentinnen mit Adminrechten ausstatten. Die technischen Helferinnen und Helfer sollten selbst nicht spielen. Da ein Leben aber sehr gut wiederholt gespielt werden kann, können Sie dies einfach bei nächster Gelegenheit nachholen und andere übernehmen dann die Assistenz. Soviel also zum ersten Tipp. Die Technik vorbereiten bedeutet, die Klasse anzulegen, das Internet zu testen und Expertise anzufragen. Kommen wir zu Tipp Nummer zwei. Der persönliche Kontakt vor allem im digitalen Klassenraum. Drei Empfehlungen. Trennen Sie die verschiedenen Phasen aus Ansprache und Spiel voneinander. Sichern Sie Blickkontakt, setzen Sie Pausen und nutzen Sie die Namen der Schülerinnen und Schüler möglichst oft. Gucken wir uns dies genauer an. Die Phasen trennen. Kontakt zuerst, das gilt bei jedem Lehrauftritt. Und was bedeutet das für digitales Lehren? Stellen Sie sicher, dass Sie die Phasen des Unterrichtsgesprächs und die Phasen der Techniknutzung klar voneinander trennen. Die technischen Spielgeräte sollten erst und auch nur für die Spielphase zur Hand genommen werden. Stellen Sie Blickkontakt während des Unterrichtsgesprächs sicher. Wenn Sie im digitalen Klassenraum arbeiten, sollten Sie Ihren Blick in die Kamera richten, um zumindest den Effekt von Blickkontakt herzustellen. Weisen Sie auch die Schülerinnen und Schüler darauf hin, sich gegenseitig mit dem Namen anzusprechen und dabei in die Kamera zu schauen. Machen Sie regelmäßige, kürzere und auch längere Pausen. Setzen Sie so die Zäsuren zwischen den unterschiedlichen Phasen und räumen Sie sich selbst Zeit ein, die nächsten technischen Schritte vorzubereiten. Sprechen Sie die Schülerinnen und Schüler möglichst oft mit Ihrem Namen an. Zusammen mit dem Blick in die Kamera ist das eins der wenigen Mittel, die Sie im digitalen Raum haben, um den individuellen Kontakt aufzunehmen. Sie können die Schülerinnen und Schüler auch auf die Umgebung ansprechen, in der Sie sich jeweils befinden. Machen Sie so deutlich, dass Sie sie im Blick haben. Vereinbaren Sie zudem, wie und wo Sie während des digitalen Lehrens am besten angesprochen werden. Sie können anbieten, dass man Ihnen über die Chatfunktion persönliche Nachrichten zukommen lassen kann. Sie können eine Telefonnummer für technische Notfälle nennen oder Sie vereinbaren ein Signal wie Handzeichen oder Symbole des Konferenztools, um sich zu melden. So können Sie also den persönlichen Kontakt im digitalen Klassenraum bewusst gestalten. Trennen Sie die Phasen zwischen Unterrichtsgespräch und Techniknutzung, sichern Sie Blickkontakt, setzen Sie Pausen und nutzen Sie die Namen so oft wie möglich und vereinbaren Sie individuelle Kommunikationswege. Um Ihnen den Einsatz von Einleben so leicht wie möglich zu machen, haben wir weiteres Material für Sie zusammengestellt. Unter www.einleben-spiel.de und www.böll.de-einleben finden Sie den Leitfaden für Lehrkräfte, weiteres Lehrerbegleitmaterial und die Möglichkeit, sich für einen Verteiler zu Unterrichtsmaterialien anzumelden. Das war das Tutorial zum Thema Wie leite ich ein digitales Spiel wie Einleben an?